Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sieht sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Jeder hat mich belogen! Sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederverrätiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Die Stadt Feiglinge verräutert, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmall des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zugler bracht haben, nur um zu lachen, wie man Messer und Klambe hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktion nur behigert! Es hat mich jeden nur als Wichtpicken... Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mischterstelle, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gehübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Was? Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich, der Wald ist. Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.